Was? Oh, der ist betrunken aus dem Park. Nein, ich war nicht betrunken, ich bin Ermittler. Hier ist auch meine Marke und ich ermittle in einem sehr wichtigen Fall. Ich habe gehört, Sie sind ein Engel. Ja, und? Der Engel der Faulheit, ist das richtig? Okay, ich habe eine Frage. Wissen Sie irgendetwas über diesen Finger? Was? Haben Sie mich gerade getötet? Na, können Sie tot sein, wenn Sie hier rumstehen und mich nerven? Ich bin offensichtlich kein Zombie.